Hallo meine Lieben, zurück auf meinem Kanal. Ja, heute geht es nach Linz und viele wollten ja, dass ich euch mitnehme, also viel Spaß! So meine Lieben, wir sind jetzt angekommen bei meinem Opa in Linz. Ich war jetzt schon im Pool und habe was gegessen und so. Es wird wahrscheinlich noch ein Video von Linz geben, das heißt, ich nehme euch die nächsten drei Tage auch hier mit und werde es halt dann zusammenschneiden. Viel Spaß! Guten Morgen meine Lieben, ja, heute geht es ins Museum Schmieding, Evolutionsmuseum und dann nehme ich euch mit. Viel Spaß! Vielen Dank! So meine Lieben, wir sind jetzt wieder zurück vom Evolutionsmuseum. Ich stelle euch ein paar Bilder ein oder blende sie euch unten ein. Ich war jetzt so im Pool, den werde ich euch auch irgendwann zeigen und jetzt nachher gehen wir noch chinesisch essen und dann blende ich euch die Fotos ein. Vielen Dank! Ja, wir waren jetzt beim Krämer, da blende ich euch ein paar Sachen ein und beim Kelpenmuseum in Mitterkirchen, da blende ich auch ein paar Sachen ein und jetzt gehe ich im Pool und dann zeige ich euch dann später. Guten Morgen meine Lieben, ja, ich gehe jetzt nur im Pool und dann filme ich euch den Pool ab und dann fahren wir Richtung Plus City und dann fahren wir heim in die Marchy World mit. Viel Spaß! Ja, meine Lieben, jetzt bin ich im Pool. So, das ist jetzt der Pool ohne mich drin, es ist heuer ein Salzwasser Pool, also ohne Chlor, er hat heute 25 Grad und er hat vielmenge von 25 bis 30.000 Liter, ist schon eine Menge. So, meine Lieben, wir sind jetzt wieder daheim in Dauer, ich hoffe euch hat das Video gefallen und gebt gerne einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Tschüss!